Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist weiterhin Julian Decker von der Grabungsfirma Interra Veritas aus Bamberg und Weiden. Und heute haben wir ein Schmankerl vorbereitet. Heute gibt es eine Geschichte voller Heinriche. Es geht um die Schweinfutter Fede oder auch genannt die Empörung des Hezilo. Da haben wir schon unseren ersten Heinrich. Ist glaube ich nicht so bekannt, aber eine ganz super tolle Geschichte, die sich auch archäologisch niedergeschlagen hat und deswegen sind wir ja da. Fangen wir mal an mit dem ersten Heinrich. Wie gesagt, wir haben eine Geschichte voller Heinriche. Der erste Heinrich ist Heinrich der Zweite von Gottes Gnaden Kaiser und König des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Aber vorher in seiner früheren Karriere war er auch noch Herzog von Bayern. Der zweite Heinrich ist Heinrich von Schweinfurt, genannt Hezilo. Und ich bleibe dann auch bei Hezilo, damit die ganzen Heinriche nicht durcheinander geraten. Der dritte Heinrich ist der spätere Heinrich der Fünfte von Bayern, der zufällig auch noch der Schwager von unserem ersten Heinrich ist, also der Bruder von der Königunde. Dann haben wir noch einen vierten Heinrich, das ist Heinrich der Zenker, der Vater von unserem ersten Heinrich. Ich weiß, super kompliziert, den müsst ihr euch nicht merken. Einfach nur lustig, weil ich bringe in diese Geschichte so viele Heinriche rein, wie es nur irgendwie geht. Die Schweinfurter Fede muss ja irgendwie anfangen und es ist einfach eine Karrieregeschichte. Und vorab die Moral ist, traue keinem Kaiser. Und die zweite Moral ist, leg dich nicht mit einem Kaiser an. Wie fängt der ganze Spaß an? Der Heinrich, damals eben noch Herzog von Bayern, spätere König, möchte im Jahre 1002 Kaiser werden oder König werden. Und dafür braucht er eben Unterstützung im Reich von mächtigen Leuten. Und einer dieser mächtigen Leute, die ihm eben bei seinem Unternehmen König helfen sollen, ist der Hezilo. Wer ist jetzt der Hezilo? Wir sehen hier auf der Karte, das ist eine Karte von 1800, weiß ich gar nicht mehr, Ende 19 des Jahrhundert, 1886, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, alle Gaue des Deutschen Reichs um 1000 mal aufzuzeichnen. Und das, was ich hier recht stümperhaft mit der roten Linie umrissen habe, ist der Herrschaftsbereich von unserem Hezilo. Das heißt, er ist Graf im Nordgau, im Radensgau, im Volkfeldgau und ist da eben zum Teil belehnt, zum Teil ist es sein Eigengut und hat eben Burgen, die ihm direkt gehören. Das heißt, die hat er nicht als Lehngereich, sondern die gehören ihm selber. Unter anderem in Schweinfurt, nach der Burg haben sie sich dann noch später benannt, in Kronach, in Kreußen, in Burgkunstatt, in Ammertal und sehr wahrscheinlich auch in Sulzbach. Dann hat er noch weitere Burgen. Also wir sehen, der Mann, dem gehört quasi das, was heute die Oberpfalz ist, weite Teile von Oberfranken, Mittelfranken und eben bis fast hier nach Ingolstadt rein. Da hat er überall Besitzungen und Lehn und ist offensichtlich ein sehr wichtiger Mann. So, wie kriegt man jetzt, wenn man König werden will, Unterstützer an die Hand? Unser Heinrich macht mir im Hezilo aus, pass auf, du unterstützt mich bei der Königswahl und dafür, dass du mein Nachfolger als Herzog von Bayern werden, was dem Hezilo natürlich super gechaugt hätte, weil das ist einfach das Gebiet südlich von ihm. Wäre also ein ganz super tolles Geschäft. Heinrich wird Kaiser, Hezilo wird Herzog von Bayern. Win-Win-Situation. Das heißt, Hezilo hilft ihm. Und Spoiler, Heinrich wird König, 1002. Und der Hezilo sagt, ey, super, ich habe meinen Teil vom Deal eingehalten, halb du deinen Teil auch ein. Und Heinrich so, nee, 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 eigentlich nicht. Und hält ihn dann eben noch das ganze Jahr 1002 hin. Und der Hezilo, dem gefällt es natürlich gar nicht. Und deswegen rebelliert er dann. Das heißt, er nimmt quasi seine Unterwerfung unter Heinrich zurück, zweifelt seine Königswürde an. Und das ist natürlich für den König ganz schlecht, wenn man ein Großer des Reiches sich ihm nicht mehr weiter unterwirft, weil das seine eh schon schwache Machtbasis, machen wir vielleicht nochmal wieder dazu, diese Wahl ist auch Chaos, seine Machtbasis quasi gefährdet. Also muss der Heinrich tätig werden. Und da sehen wir schon, das ist der erste Fehler. Im Mai 1003 rebelliert der Hezilo, sucht sich dann auch Verbündete, unter anderem den polnischen Herzog Boleslaw Schroppri. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dann den Herrn Ernst von der Ostmark und Graf Siegfried von Nordheim in Sachsen. Das heißt, es gibt eine Koalition, die sich im Prinzip von dem, was jetzt dann Österreich irgendwann mal wird, über Polen und eben über Nordbayern hinweg erstreckt. Plus noch Bruno, der Bruder von unserem ersten Heinrich. Die sind alle nicht so gut, auf den König Heinrich zu sprechen. Und das ist natürlich dann schon eine Gefahr, wenn dann ganze Teilbereiche des Reichs plus benachbarte Länder sich gegen einen verschwören. So, was macht man jetzt natürlich? Unser König Heinrich befindet sich zufälligerweise zu dem Zeitpunkt gerade in Regensburg, was sehr unpraktisch ist für unseren Hezelo, weil von Regensburg aus ist man quasi direkt in den Ländereien vom Hezelo. Und wir sehen es hier auf der Karte. Von Regensburg ausgehend zieht der Heinrich mit seinem Heer erstmal in die Ländereien vom Hezelo, verheert da eben alles. Das heißt, er will die Ernte abbrennen, die Eigengüter vom Hezelo werden angegriffen, nicht unbedingt die Lehnen, aber die Eigengüter werden angegriffen. Und das findet dann schon im Juli statt. Das heißt, im Mai nimmt der Hezelo seine Unterstützung zurück und im Juli dann schon ist es hergesammelt und es geht los. Als er dann diese Ländereien außenrum verwüstet hat, zieht der Heinrich weiter und zwar sehr wahrscheinlich zur Burg Sulzbach. Ob das wirklich die Burg Sulzbach ist, weiß man nicht. Die Aufzeichnungen, die wir davon haben, sind vom Tietmar von Merseburg, der die Burg nicht weiter nennt. Offensichtlich, weil das so bekannt war, dass es eh die Leute, die es gelesen haben, eh wussten, das ist die Burg vom Hezelo. Und dabei ging es eben darum, diese Burg zu besetzen, bevor der Hezelo mit seinem Heer sich da reinsetzen kann. Warum wir davon ausgehen, dass es die Burg Sulzbach ist, erkläre ich später im Video. Und diese Burg Sulzbach ist nicht nur sehr gut befestigt, sondern es ist auch eine der wichtigsten Burgen überhaupt im Nordgau. Was daran liegt, dass in dem Bereich um Sulzbach eine sehr starke Eisenindustrie ist. Also es ist quasi das Metallzentrum im Ostteil des Reichs. Und wer da eben dann den Hut auf hat, kann dem anderen schon ordentlich schaden. Und wie wir jetzt hier sehen, biegt er dann weiter ab mit dem Heer. Also wir haben die Burg Sulzbach eingenommen. Die ist so weit zerstört, dass man sie nicht mehr nutzen kann. Dann dreht er ab nach Nordwesten und geht nach Hersbruck mit seinem Heer, unser Heinrich. Das ist sehr wahrscheinlich, Hersbruck ist zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich ein Eigenkut vom Hezelo. Im Eftel steht da auch noch eine Burg, man weiß es nicht so genau. Und so wie es aber ausschaut von der Bewegung her, zieht er dann wohl weiter Richtung Bamberg. Also will sich da Heinrich, okay, ich habe dir deine wichtigste Burg weggenommen, ich habe dir deine Eigengüter weggenommen. Ich drehe jetzt mal ab Richtung Bamberg, weil das ist ja seine Lieblingsstadt vom Heinrich. Jetzt passiert was richtig Blödes, was die ganze Geschichte ein bisschen eskalieren lässt. Und zwar gibt es einen Untergebenen von Hezelo, einen Ritter Magnus oder Marganus. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Wie der jetzt wirklich heißt, man weiß es nicht, aber Magnus ist das, was ich am häufigsten gefunden habe. Dieser Ritter Magnus stiehlt den Schatz und die Kriegskasse von Kaiser Heinrich oder von König Heinrich. Das ist natürlich eine ganz schlechte Sache. Wir gehen deswegen davon aus, dass Heinrich wahrscheinlich schon auf dem Heimweg war, weil er eben seine Kriegskasse und seine Herrschaftsinsignien quasi schon vorne weggeschickt hat und diese Ritter Magnus klaute jetzt. Das ist natürlich richtig schlecht für einen König, der eh schon nicht so ganz sauber auf dem Thron sitzt. Und da muss man jetzt was machen. Normalerweise hätte der Kriegszug hier beendet sein können. Okay, ich gehe nach Bamberg, du unterwirfst dich, alles cool, wir sind wieder Freunde. Was aber halt gar nicht geht, ist, wenn man mir meine Herrschaftsinsignien klaut, inklusive die Kriegskasse und wahrscheinlich auch noch alles, was wir aus der Burg Sulzbach mitgenommen haben. Und dieser Magnus flieht dann in eine weitere Burg vom Hizilu, nämlich die Burg Amatal. Jetzt ist da Heinrich natürlich komplett sauer. Er dreht also wieder ab, wir sehen es hier. Er macht einen richtig schönen Schwenk wieder in die Gegenrichtung nach Südosten und belagert die Burg Amatal. Er nimmt sie aber nicht ein, sondern per Verhandlungen wird die Burg übergeben. Das heißt, die Burg inklusive den ganzen geraumten Gütern werden wieder an den Heinrich übergeben und die Burg Amatal wird dann geschleift. Das heißt, wir machen sie kaputt, damit die keiner im ersten Mal mehr benutzen kann. Und auch da könnte die Geschichte eigentlich schon wieder zu Ende sein. Aber nein, Heinrich ist richtig, richtig sauer. Das ist die zweite Moral, leg dich nicht mit einem König an. Und der Heinrich nimmt jetzt sein Heer und zieht weiter Richtung Norden nach Kreußen. Kreußen. Kreußen ist auch eine Schweinfurter Burg, eine Eigenburg und liegt eigentlich relativ abseits von der Region, in der hier gerade Krieg geführt wird. Ist jetzt auch eigentlich von der Metallwirtschaft her gar nicht so wahnsinnig wichtig. Aber der Hizilu hat vor Beginn der Kampfhandlung seine Frau und Kinder in diese Burg reingebracht. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was ist denn die Motivation, das zu machen? Ich meine, wenn Hizilu mir den Schatz klaut, dann klaue ich ihm seinen Schatz. Und man hat natürlich dann ein sehr gutes Druckmittel dafür. Diese Burg Kreußen wird dann auch wieder belagert vom Heinrich. Hizilu versucht die Belagerung zu sprengen, schafft es aber nicht, muss sich dann in ein Seitental, wir wissen nicht wo, in ein Seitental zurückziehen. Und der Heinrich setzt dem dann hinterher und stürmt quasi das Lager vom Hizilu. Dabei wird der Ernst von der Ostmark gefangen genommen. Hizilu flieht mit dem Rest seines Seeres quasi nach Kronach. Das ist dann wirklich der äußerste Rand. Auch da wieder Kronach, ein Eigengut von Hizilu. Das ist der äußerste Rand seiner Besitzungen. Also der ist jetzt wirklich in die Ecke gedrängt. Die Burg Kreußen wird dann übergeben und soll dann auch geschleift werden. Da gibt es auch eine Ausgrabung dazu. Und so richtig geschleift im Sinne von kompletter Zerstörung kann hier nicht nachgewiesen werden. Das heißt, es könnte sich auch um eine rituelle Schleifung handeln. Das heißt, da wäre dann einfach bloß das Tor so weit zerstört, dass es halt nicht mehr so leicht ist, die Burg zu verteidigen. Der Hizilu ist inzwischen in Kronach angekommen und stellt fest, oh, das wird nichts mehr. Meine Empörung, also meine Rebellion ist gescheitert. Und was er macht, ist, er zündet seine eigene Stadt an. Er zündet die Stadt Kronach an und flieht ins Ausland zu seinem Kumpel Boleslav Schobri. Und damit ist die Fede eigentlich beendet. Heinrich ist offensichtlich ein Sieger. Titmar von Merseburg schreibt noch, dass es der König sehr genossen hat, dass sein Feind seine eigene Stadt anzündet, dass er das nicht mehr machen muss. Und was er aber trotzdem noch macht, der Heinrich, weil er offensichtlich sehr nachtragend ist, er schickt, er geht nicht mal mehr selber, sondern er schickt seinen Bischof von Würzburg los, um die Schweinfurter Burg einzunehmen und dann wirklich schleifen zu lassen. Die Burg, nach denen eben diese Schweinfurter Markgrafen benannt sind. In dieser Burg sitzt die Mutter vom Hezelo, die offensichtlich schon ein bisschen betagt ist. Und der Würzburger Bischof sagt dann so, ja okay, also aus Respekt für diese alte Dame schleifen wir die Burg jetzt mal nicht, weil der Krieg ist eh schon gewonnen, was soll das? Unser König Heinrich ist dann im September wieder in Bamberg und löst seine Heer auf. Das heißt, wir wissen, dieser Feldzug ist jetzt hiermit beendet. Dann Ende Februar 1004, also nicht mal ganz ein Jahr später, kommt der Hezelo wieder aus seinem Exil zurück und er wirft sich ganz offiziell dem König, er kennt ihn also offiziell wieder an. Und wie es dann sich für einen ordentlichen König gehört in seiner Milte, gibt er dann den Gnadenbeweis und setzt Hezelo wieder in einen Teil seiner Eigengüter ein. Das heißt, ein paar Teile verliert er, die werden dann anderweitig vergeben. Sein Schwager wird dann Herzog in Bayern, 1004. Die Karrierechancen von Hezelo sind hiermit mehr oder weniger beendet und der Hezelo stirbt dann im Jahre 1017 und unser König Heinrich, zwischendrin wird er nochmal Kaiser und stirbt dann eben 1024. So, jetzt ist die Frage, ich habe jetzt schon die ganze Zeit über geschleifte Burgen gesprochen. Wie schaut denn sowas aus? Wir haben hier ein Profil von der Burg Sulzbach, die eine Burg, die tatsächlich super geschleift wurde. Da haben wir sehr, sehr viele Brandschichten, das ist das, was hier 401 heißt. Und bei den Ausgrabungen, die der fantastische Mathis Hensch gemacht hat, der inzwischen in Uelzen arbeitet, Grüße an der Stelle, konnte Bauphasen nachweisen, die eben ins späte 10. und frühe 11. Jahrhundert verweisen. Das ist insofern ganz interessant, weil das natürlich bei uns mit der Hintergrundgeschichte sehr gut reinpassen würde. Wir haben hier, wie gesagt, diesen Brandhorizontbefund 401 zwischen den Mauern 346 und 394. Das heißt, das ist ein ehemaliger Innenraum, wo es eben ordentlich gebrannt hat und dieser Brandschutz wurde dann einplaniert. Dann haben wir noch ein anderes Profil hier. Das habe ich hier so ein bisschen grün eingefasst, weil man es sonst, glaube ich, nicht so wahnsinnig toll erkennen kann. Das ist diese Planierung 439, die eben direkt auf einem Mauerstumpf auffliegt. Das heißt, die Mauer wurde irgendwann zerstört. Der Stumpf ist noch da. Und dann kommt obendrauf eine Planierung. Oder, und jetzt haben wir, glaube ich, sogar mal ein schönes Foto davon. Also, man sieht es hier, kann man es erkennen, ich hoffe, die Brandschicht Nummer 293 im Innenraum. Und darüber haben wir dann eine Reparaturphase. Das heißt, wir haben hier ursprünglich einen Innenraum. Auch der fackelt dann wieder ab, wird einplaniert und dann kommt eben ein neuer Boden obendrüber. Und was jetzt interessant ist, aus diesen ganzen Befunden haben wir eben Keramik, die ins späte zehnte und frühe 11. Jahrhundert verweist. Das heißt, die Burg Sulzbach, nach der sich dann später die Grafen von Sulzbach benennen, hat offensichtlich einen Besitzer gehabt. Haha, wer hätte es gedacht. Aber die Leute, die dann später die Grafen von Sulzbach werden, kommen erst, ich glaube, um 1030 auf die Burg. Das heißt, vorher hat wer anders die Burg gehabt. Und es schaut eben so aus, als ob das eben auch eine Schweinfutterburg gewesen wäre. Zusätzlich zur Datierung über die Keramik haben wir auch C14-Daten, diverse, die alle so um das Jahr 1000 plus minus 50 Jahre, so genau ist halt leider die C14 nicht, datieren und auch deswegen dann ganz guten Hinweis geben auf eine Zerstörung, die eben im Jahr 1003 hätte stattfinden können. Diese neuen Grafen von Sulzbach bauen natürlich logischerweise sehr, sehr viel um und die Burg wird auch noch bis heute genutzt. Wie gesagt, die Datierung ist jetzt, deutet sehr in diese Richtung hin und anhand der Grabungsergebnisse konnte man dann auch ganz gut rekonstruieren, wie die Anlage im späten 10. Jahrhundert ausgesehen hat und wie die Anlage dann am Ende des 11. Jahrhunderts ausgesehen hat. Und dann sehen wir das nämlich, hier links ist es das 10. Jahrhundert, rechts dann das 11. Jahrhundert und wir sehen, die Kirche ist noch da, wir haben auch noch Mauern und so weiter, aber da oben, rechts oben innerhalb vom Bering stehen zwei Häuser aus dem 10. Jahrhundert und im 11. Jahrhundert stehen die dann nicht mehr und das ist eben auch genau da, wo wir unsere Brandschichten haben. Das heißt, dieses Schleifen, was wir da haben, heißt nicht die komplette Auslöschung der Anlage, dass da kein Stein mehr entsteht, sondern es werden strategisch die Gebäude eingelegt, die man dem Feind eben nicht geben will. Das kann natürlich dann das Torhaus sein, das können Teile der Mauern sein, einfach nur um die Verteidigungsfähigkeit der Burg herunterzusetzen und natürlich im Zweifelsfall auch Gebäude, die für die Unterbringung von Personen im weitesten Sinne, also müssen jetzt nicht zwangsläufig Soldaten sein, genutzt werden können. Es kann aber nicht nur, also diese komplette Vollzerstörung, wie wir es dann zum Beispiel in Amartal haben, die Burg wird dann, soweit ich weiß, nicht mehr aufgebaut hinterher nach 1003, kann eben auch eine Teilzerstörung sein, aber wir können eben auch diese rituelle Zerstörung haben, wie wir es eben in Kreußen gesehen haben. Das wollte ich ursprünglich als Beispiel nehmen, aber es gibt einfach keine Zerstörungsschicht, die man dem Ding zuweisen könnte, ganz im Gegenteil. Und es reicht eben, diese Burg einzunehmen, um seinen Punkt klarzumachen. Das haben wir ja gesehen, auch wie der Kriegszug von Heinrich ausgesehen hat. Buh, pass auf, ich kann jederzeit in dein Land anmarschieren, alles kaputt machen, gib halt lieber auf. Und wenn jetzt dann halt dieser Schatz nicht geklaut worden wäre, wäre das wahrscheinlich auch so ausgegangen. Und wir sehen ja auch, dass es dann im Nachhinein, als sich dann der Hitzelow wieder unterworfen hat, hat er ja sogar Teile von seinem Land zurückgekriegt. Das würde ja, wenn man sich das heute vorstellt, dass eben zwei Länder für einen Krieg ineinander, fällt mir jetzt gerade kein bekannter Krieg ein, der gerade in Europa herrschen würde. Und dann darf jemand dann, der Unterlegene darf quasi einfach so weitermachen hinterher. Das wollen wir nicht hoffen. Was lernen wir jetzt aus dieser ganzen Geschichte? Erstens, leg dich nicht mit Heinrich an. Die Fede war zwar blutig, also in diesem Feldzug sind Leute gestorben, es sind Güter zerstört worden, es sind mit Sicherheit auch Mann und Maus schlecht behandelt worden, um es jetzt einfach mal sehr sanft zu formulieren. Aber es ist auch kein Vernichtungskrieg. Der Krieg im Mittelalter ist nicht so blutig, wie immer gerne dargestellt wird. Das sehen wir dran, die Mutter von Hitzelow wird geschont. Aus Respekt vor der alten Dame zünden wir nicht mal ihre Burg an. Gefangene sind wichtiger als Tote. Wir haben den Ernst von der Ostmark gefangen genommen. Und es reicht einfach nur aus, den Kampfeswillen des Feinds zu erschüttern. Wir müssen den nicht komplett auslöschen. Und Symbolik ist ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, wir haben eben die Schleifung der Burg, ich nehme dir das jetzt weg. Aber auch die Symbolik des Verzeihens, dass eben am Schluss dann der Hitzelow eben wieder zumindest einen Teil seiner Güter wiederkriegt. Und auch die Symbolik des Diebstahls, weil der ganze Feldzug so dermaßen eskeliert, als dann eben die Symbole, die Herrschaftssymbole von Heinrich gestohlen werden. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und da ist diese Schweinfutterfeder eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, Beispiel, wie man sich den Krieg im Mittelalter vorstellen muss. Und ein sehr gut belegbaren, gut nachweisbaren Beispiel. Ich hoffe, es ist klar geworden, worauf ich hier hinaus wollte. Es ist eine ganz tolle Geschichte mit vielen Heinrichen. Wenn es gefallen hat, lasst uns ein Like da. Ihr müsst sogar abonnieren, sonst dürft ihr nicht weitergucken. Und kommentiert. Hat es gefallen? Sollen wir mehr in die Richtung machen? Wollt ihr mehr Profile sehen? Wollt ihr vielleicht andere Profile sehen oder auch vielleicht mal im Planum? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.